Hallo YouTube. Hallo Ritchie. Hallo Welt. Ja, hallo Sarah. Soll ich das Loch jetzt mal zumachen hier vorne? Ja, mach zu, sonst kommt noch mehr rein. Im letzten Part ist ein Wolf und ein Zombie. Das ist ja gar nicht mehr lustig, weil vor allen Dingen so viele Augen sehen mich. Komischerweise. Äh, ja. Ich wollte ja etwas machen, ich muss Ritchie wieder einladen. So. Ich habe jetzt nur eine ganz dünne Schicht da oben hingemacht, also das kriegen die zwei durchgebuddelt, wenn die wissen wo, aber... Naja, die müssen erstmal wissen wo. Von oben wächst Gras drüber, da wissen sie auch nicht, wo sie buddeln sollen, so wie wir jetzt hier. Wir wissen, wo wir buddeln, oder? Jetzt habe ich aber immer noch vergessen, eine Fackel mitzunehmen. Ist das schlimm? Oh nein. Aber... Wie gesagt, wir brüllen hier in der Höhle und kein, 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 kein... Graben. Ja. Äh, wie war das noch? Einfach an die Wand da? Wie war das noch? Schmeißen? Schmeißen? Die Fackel? Achso, an die Wand, Rechtsklick. Ja, bei Controller weiß ich ja nicht eben. Ich kann es nur sagen, wie es auf Tastatur und... Nö, Rechtsklick, ist das überhaupt richtig? Ich glaube links. Nein, das ist zuhauen links, das muss Rechtsklick sein. Rechtsklick auf der Maus? Auf der Maus, ja. Ja, okay, habe ich genug. Wie gut, dass man im Spiel beides benutzen kann. Ja. So, Richi. Das wird ein Tunnel, das wird ein Graben, das hatten wir ja schon mal. Wir müssen ja auch ein bisschen nach oben graben. Ja, es geht mir vielmehr um die Steine unten, damit wir anfangen können, so einen Turm oder so ein zweites Haus oder so zu bauen. Deswegen, also, dass wir den... Die Steine finden wir ja draußen, da müssen wir nicht im Tunnel. Ja, ja, finden, das ist das Stichwort. Hier können wir ja, brauchen wir ja nur unten zu buddeln, weißt du, da sind ja unten die Steine. Also, ich meine, es war, ich meine gelesen zu haben, dass es in früheren Versionen so war, dass man sogar auf Höhlen unten stoßen konnte und darunter plumpsen konnte. Das ist aber schon lange nicht mehr, glaube ich. Also, so zumindest habe ich es gelesen. Es gibt zwar Höhlen, aber da kann man nicht so reinfallen ohne weiteres. Ja, es sollte so Erdspalten und sowas alles gab es wohl früher. Oder? Oh. Was ist passiert? Ein Bug. Jetzt nicht mehr. Also, ich war gerade außerhalb. Die Idee mit dem Tunnel ist so schlecht jetzt gar nicht, denn wir haben hier erstmal unsere Ruhe, oder? Hier kann ja nichts passieren. Hätten wir ein Graben, dann würden hier andauernd irgendwelche Mobs kommen und uns von der Arbeit abhalten, oder nicht? Ja. Aber wann machen wir den Graben dann fertig? Es soll ja eine Falle sein. Ja, da können wir von oben dann buddeln. Das geht schon. Kriegen wir schon. Das muss sowieso noch tiefer. 20 Fuß tiefer. Nein. Doch. Quatsch. Also, wir sind nicht in Seven Days to Die, sondern in Seven Days to Graben. Sterben sterben wir ja unten nicht. Nur wenn wir verhungern. Ich grabe da entlang. Das war dann falsch. Ich muss mir auch gucken, wo du greifst. Ach, mein Lieber ist schon wieder kaputt. Ach, das reicht doch eigentlich hier. Sollen wir nicht mal unten hier die Steine buddeln? Und das Verrückte ist, Sarah... Aber brauchen wir nicht da so eine Axt? Nicht Axt. Ja doch, so eine Axt. Wie heißt denn die? Erstmal müssen wir hier das nehmen, was wir haben. Das Verrückte ist, das macht ja auch Spaß hier zu buddeln, wenn man das dann so sieht, wie das alles so gebuddelt ist. Kann man auch nicht mehr aufhören nachher. Oder? Kannst du noch aufhören? Ja. Schwer. Irgendwann mal, ja. Mal sehen, was nach Stein kommt. Oh ja. Vielleicht, äh... Ja. Ich hab' dir das gehört. Kein Problem, wir sind sicher hier unten. Da kriegen wir Material ohne Ende hier in unserer Mine. Krebst du schon nach unten? Ja, ich grab' nach unten jetzt. Das ist aber mühsam. Ein Stein und so lange. Das geht nachher schneller. Oh. Voll überzeugter. Ja, voll überzeugt. Ich bin hier auch gut. Wenn du das sagst. Ja. Dann mal weiter. Du hattest eine Fackel dabei. Ja, eine hatte ich dabei. Ja, es gibt auch andere schöne Sachen, die man hier ausbuddeln kann. Ich glaube... Ich hab' jetzt nur Steine. Hab' ich gesehen. Ja, wir sind noch nicht... Ein Stein. Wir sind noch nicht tief genug. Aber wenn wir erstmal so eine schöne Bleiader finden oder eine... Ja, Blei ist jetzt vielleicht nicht so wichtig. Aber Nitrat, Nitrat. Wenn wir so eine Ader mal finden da unten. Das wird schön. Ein Fest. Eine Freude. Aber das findet man nicht allzu oft. Entschuldigung. Ja. Ich hab' schon gesagt. Ich bin dir nur ins Wort gefallen. Nee, nee. Ich wollte nicht. Nitrat. Okay. Stein auf Stein. Bald wird das Haus sein fertig sein. Ja. Wo ist denn da, wo ich angefangen hab' jetzt? Jetzt buddle ich überall da. Mit meinem gebrochenen Bein. Und schon wieder ist die Schaufel kaputt. Immer noch gebrochen, dein Bein? Ja. Ach so, zum... Ich glaube, das geht besser hier mit der Axt. Dann Stein auf Stein geht mit der Schaufel nicht so gut wie mit der Axt. Ich hab' Wasser mitgebracht. Soll ich dir geben? Im Moment brauch' ich nicht. Oben ist Party. Ja. Jetzt bin ich auch noch überladen. Oh nein. Oh nein. Was war das? Nichts. Ich grabe nicht. Ich grabe im Tunnel. Nach unten. Nach unten weiter? Vielleicht kommen wir auf der anderen Seite wieder raus. Mal gucken. Das bin neun. Also Eisen bekommt man... Ja. Eisen bekommt man auch hier raus. Ja, mit der Axt bekommt man auch Eisen. Das hab' ich jetzt gemerkt. Und die Axt ist schon wieder kaputt. Am besten, man baut gleich zwei, drei Äxte, oder? Wieso hab' ich hier hohes Fleisch? Ach, da war der Wolf unten drin, oder? Verdirbt das? Genau. Verdirbt das eigentlich hier? Wie war das hier? Verdirbt das Fleisch nicht, oder? Nö. Ja. Keine Ahnung. Oh, ich bin ins Loch gefallen. War da ein Loch? Ja, ich hab ja schon so tief gelocht. Äh, es ist schwarz. Aha. Wie die sieben Zwerge von Schnee Hütten ab ins Berg. Ja. Topp, topp. Topp, topp. Topp, topp. Tja, was mach' ich denn nun? Ich weiß, was ich mache. Fuch. Ich war doch Fuchs. Ich hab' doch mitgenommen hier, was wir brauchen alles. Weißt du? Mhm. Es ist nur die Sache, wenn hier doch jemand runterkommt und die Truhe kaputt macht, dann sind die Sachen, glaube ich, alle weg aus der Truhe. Also ich baue hier irgendwo eine Truhe auf. Haben wir hier irgendwo in die Höhe gebuddelt? Dann würde ich das eher nach oben irgendwo hinbauen. Ne, haben wir gar nicht, ne? Ist alles ziemlich weit. Ah doch, hier. Das ist ziemlich hoch hier. Oh ja, dann buddel, dann, dann packe ich die Truhe da oben hin. Ich buddel hier noch so ein bisschen frei. Ach, die kann man ja auch längs hinpacken. Das reicht dann eigentlich schon. Also, Moment. Drehen. Genau so. Ja, passt doch. Ach, gut. Was packe ich denn da schönes rein? Das Wasser auch? Holz? Steine vor allem. Und Erde. Obwohl, ein paar Steine brauchen wir, aber wir buddeln da ja sowieso. Wieso habe ich eine Holzplatte hier drin? Wo habe ich die denn her? Oh, Moment. Das Wasser behalte ich mal im Inventar. Mhm. So, dann kann ich ja das Wasser für dich da reinpacken. Kannst du die einfach aus der Truhe nehmen und die Hälfte an Eiern, die ich mitgebracht habe. Und vielleicht das trübe Wasser? Nee, das behalten wir lieber im Inventar, oder? Das nehmen wir nachher mit. Das müssen wir abkochen. Ja. Okay. Wir müssen hier uns ein Lagerfeuer machen, später zu kochen. Hier? Ja. Trotzdem wird es uns an Essen fehlen irgendwann. Ja, wir müssen eh raus. Ich bleibe doch jetzt nicht 20 voll hier oben. Ich dachte, wir ziehen jetzt hier an. Ich kriege schon einen Koller hier. Jetzt schon? So, ich hau mal auf damit, nach unten zu graben. Ich krabbe jetzt hier weiter. Aber schön Steine, oder? Ja, ich hab jetzt ein paar Steine. Die reichen jetzt noch. Das geht schnell. Das geht schnell nachher, dass die weg sind. Was kann man denn aus Steinen machen? Moment. Rezepte. Wir brauchen dann den Gebietsschutzblock. Wo sind unsere Gebietsschutzblöcke eigentlich? Weiß ich gar nicht. Haben wir überhaupt welche gemacht? Ich hab da nicht geguckt. Normal hätten wir welche dabei haben müssen, ja. Pflastersteine. Das ist nicht das Richtige. Da brauchen wir Erde. Lehmige Erde. Haben wir ja genug hier rausgeholt, ja? Ja, Pflastersteine. Da können wir dann also... Fackeln mehr nicht schlecht, Ritchie. Fackeln. Ja, wir haben kein Tierfett. Bist sicher? Hast dem Wolf kein Tierfett genommen? Ich guck mal. Ja, ich hab ein Tierfett. Nein, nein, kein Tierfett. Ich weiß nicht, was wir für Fackeln brauchen. Hm. Bist du im Loch? Ich bin hier draußen im Loch. Wir haben gleich einen Aufstieg, siehst du? Ich hab jetzt nicht drauf geachtet. Ist er noch da? Ich bin da. Okay. Weil ich so... Ich bin noch fast leise. Ja. Ab und zu muss ich atmen. Okay. Dann kann ich nicht reden, wenn ich einatme. Atmen ist noch erlaubt. Ich überlege gerade, ob wir wirklich ein Lagerfeuer für Licht machen sollen hier. Also irgendwas brauchen wir. Weil es ist ganz schön dunkelig. Schwarzer Bildschirm und man sieht einen Schaufel hin und her. Ja. So interessant. Jawohl. Hast du auch? Was? Level Up? Ne, hab ich nicht drauf geachtet. Ne, nicht, dass ich jetzt wüsste. Hab ich noch nicht gekauft. Ne, ich hab noch kein Level Up. Das ist doch der blaue Balken da, ne? Ja. Wo bist du eigentlich? Ich seh dich. Ach, da! Ich bin hier. Ja, ja, ja. Anders geht es nicht. Wir brauchen das Material, ja. Und draußen Steine zu suchen, ist ein bisschen mühselig. Das geht auch, hab ich ja schon gesagt. Das geht auch nachher ratzfatz, wenn wir die besseren Werkzeuge haben. Und dann vielleicht noch einen Kaffee dazu. Okay. Dann geht das. Wenn du das sagst. Ja, ich hab das schon Stunden über Stunden, hab ich schon gebuddelt. Aber für den Weizen sind wir ja nicht gekommen, ne? Das scheint nur so. Oder? Na, ich möchte dir nicht widersprechen. Wir sind überhaupt nicht weit gekommen. Na, Steine dauert ein bisschen. Nicht nur Steine auf den Graben zu graben. Ja. Aber schön ruhig ist das hier unten. Es hat etwas Hypnotisierendes. Es lässt einen schnell so ein bisschen in Trance geraten. Mit der Zeit verliere ich hier den Sinn für die Orientierung. Ja, man verliert alles. Ja, man verliert alles. Den Zeitsinn, den... Die Orientierung. Ich wurde einfach irgendwo hin, dann landen wir halt in Texas oder in Mexiko. Bauen wir die Mauer ein, die noch nicht gebaut wurde. Ja, ich weiß nicht. Ritchi, bin ich richtig mit dem Graben? Richtung Westen, Richtung Westen, Nordwesten, so, ja, ja. Ach, Nordwesten, das sagt mir jetzt nix hier im Dunkeln. Und ich grabe einfach. Aha. Deshalb habe ich gesagt, Schicht für Schicht von oben nach unten anfangen. Du wolltest ja von unten nach oben. Ja. Na ja, jetzt muss damit, egal wo wir rauskommen. So. Und wir buddeln und wir... Ja, wir buddeln, dann... Ampaka-Loch. Ich sehne, es ist so dunkel hier. Ich hab keine Axt durch ich. Meiner hier fackelt. Missverdammt. Kann man die Fackel nicht von da hinten einsammeln und hier herrübertragen? Ja, kann man. Dann machen wir. Ich sehne nämlich gar nichts. Ich bin im Schwarzen. Das ist ja langweilig. Da Stein. Dann machen wir wieder weiter oben. Oh je, jetzt hab ich ja noch Durst. Okay. Dringt ihr ein und dann ist gut. So, an der Kiste die Fackel lasse ich. Ja, ich finde die auch nicht. Die ist irgendwo im Dings drin. Wo bist denn du? Hier hinten irgendwo. Das ist alles dunkel. Das sag ich doch. Orientierung. Wow. So weit bist du schon? Ja. Ich tu dir ne Fackel dahin, ja? Oh, danke. Oh. Wo bist denn du? Ich bin so noch da, wo du vorhin das Steinloch gebuddelt hast. Da buddelt ich weiter an deinem Steinloch. Okay. Zombiescan. Und wieder ist kaputt. Hörst du das oben? Die Horde? Ha. Hätten wir jetzt einen Graben gegraben. Dann hätten wir jetzt erstmal Theater bekommen mit der Horde. Und hier haben wir unsere Ruhe. Ruhe? Noch. Noch. Bis die Erdzombies erfunden werden eines Tages. Oh Gott. Hör auf. Maulwurfsmenschen. Maulwurfsmenschen. Wie ist ja klar. Wer weiß, was hier hinten noch so lebt. Ja. Das ist überraschend. Wir können sogar schon anfangen, glaube ich, so langsam das Material für das Haus zu bauen. Ich glaube, das lohnt schon. Wir haben schon genug. Dann mach doch. Ich buddeln. Was hast du? Was ist Pech? Buddeling. Aha. Ist das? Ja. Ich dachte, buddeln ist nicht lustig. Ja. Jetzt doch. So. Ich muss erstmal wieder sein Licht, sonst werde ich bei der Bauer. Was lichten hier hinten? Was geht's jetzt? Ja, ich denke auch die ganze Zeit, da ist Öl oder sowas. Es gibt auch Kohle und, äh, was ist das nochmal? Irgendeine. Ach, wie hieß das nochmal? Irgendwas, das brennt. Das kann man nutzen, um auch, ich weiß es nicht, so eine Art Erz oder sowas. Ich komm nicht drauf. So eine Art Öl oder sowas. Okay. Ich muss, was essen. Und dann geht's weiter. Ja, ich muss, gut, dass du sagst, ich esse auch mal ein Ei. Und in der Kiste sind noch Eier für dich, falls du möchtest. Aber das Maisbrot war ja richtig gut, oder? Das hat richtig Power gegeben. Ja. Pass auf nicht, dass schon welche hinter dir sind. Ach, kann gar nicht sein, dass da welche hinter mir sind. Oder was meinst du? Malwurfsmenschen. Nee, dass die durch das Loch da irgendwie sich durchgebuddelt haben. Ja, so langsam wird's problematisch mit dem Trinken hier. Wir haben keinen Topf dabei, also brauchen wir, glaube ich, auch kein Feuer zu machen. Ich hab einen Topf. Echt? Ja. Wow. Ich habe dran gedacht. Hätte ich nie dran gedacht. Hörst du das? Ja, ja. Oben geht's voll ab. Ja. Die wissen einfach nicht, wie sie zu den Geräuschen kommen. Oder die buddeln schon längst von oben runter. Ja, helfen sie uns ein bisschen so. Ja, genau. Moment. Ja, es hört sich fast so an, als würden sie runterbuddeln. Gleich springen sie uns auf den Kopf. Wie unordentlich das hier irgendwie aussieht, oder? Bekommst du irgendwann mal so eine gerade Strecke hin? Ich? Puh, vergiss es. Nein. Ich weiß gar nicht, wohin ich grabe hier. Ja, die sind da oben am... ...buddeln. Oh, was ist da mir? Oh. Oh, oh. Du buddelst nach Südwesten. Du untergriebst das Haus gerade. Welches Haus? Oh, oh, unser Haus. Dann mache ich eine kleine Rechtskurve. Richtung Nordwesten, Westen. So zwischen Nordwesten und Westen. Nordwesten ist gut. Ja. Aber sind wir nicht auch schon wieder am Ende der Folge? Sind wir, tatsächlich, ja. Dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zusehen. Für eure Kommentare und für eure Likes. Lieben Dank dafür. Ja, bis zum nächsten Mal. Tschüss. 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 Tschüss.